Aber meines Wissens haben wir schon gewonnen. Alter Fag. Knusper Knusper Knäuschen. Wer scheißt da in mein Häuschen? Ach, Hex ganz klar. Im Laufen. So jetzt aber. Jetzt sind sie quick. Was? Da laufen doch ganz klar betrügerische Programme im Hintergrund. Sie wollten es nicht alles haben. Jetzt haben wir wohl die P90. Ich sehe es ein, ne? So eine P90 muss man natürlich irgendwann mal machen. Ich kann nichts machen. 10 AP läuft einer. Alter, wo ist der mit der scheiß Pam? Einfach außen rum gelaufen, der Kackvogel. Oh mein Gott, was für ein Lacker. Er springt und geht mit der AWP im Sprung, ne? Fag, Knopf. Na gut, auf der Noob City Seite kann da jeder Runden holen. Ich weiß, komm mal. Ich denke der andere ist auf... Fuck! Oh mein Gott, er ist on spot. Sehr schön. Oh! Sha-la-la-la-la-la. Bist du außerhalb von Drop? Ja, ich hab grad Drop nicht, richtig? Sehr gut. Ja, Drop kommt einer. Oh! Okay, ich nade jetzt erstmal auf Long. Er ist bei Long. Oh, die hat er voll gefressen! Und ich denke, es wird Drop. Ah ne, Long immer noch. Okay. Wenn er meint. Nice, Mann! Nice! Könnte Long... Ja, ja, ja. Wird wahrscheinlich Long. Schmeiß den 8. Letzter Long. Hat bestimmt was... Ist low, ist low. Nice! Tja, boi. Logger, ne? Logger. Mata haben sie gemeint. Die wollen da die Dicke raushängen lassen. Naja, ja. Ich wurde... Ich wurde Global eingerankt. Echt? Ja, what the fuck! Da hat er Supreme und der L.E.M. Knups. So, jetzt ist der Global wieder da. Dann müssen die Shots natürlich sitzen. Selbstverständlich. Schhhh... So, jetzt habe ich nichts mehr. Shit. Ich könnte natürlich die Shots noch so ein bisschen editieren. Aber es ist auch gleich Livestream. So viel Zeit ist nicht mehr, wisst ihr? Das dauert zu lang. Das dauert einfach zu lang. Und ich will auch kein Frack-Movie machen. Ich will ja ein Dumpabler-Video machen, wahrscheinlich. Komm, weißt du was? Oh Gott, er labert schon. Nee, 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 nee. Einer hat sich hinter mir angeschickt. Ja, Daniel, genau. Das ist die Schlechteste, was ich jetzt kann, oder? Das ist Zorn auf. Ja. FBI, auf den Weg! Gotcha, bitch! Du könntest ruhig freundlicher reden. Das war echt abnormal. Er kriegt den Insider. Ach, die alte... Ah, mit E kann man Parashooten. Ach Gott, das ist supergeil. Alter, ich werde in der Luft beim Parashooten angeschoben. So, weg ist er. Das heißt, ja. Ich hätte mir gedacht, weil ich wäre ein Idiot durch. Oh, schluch. Das ist ein schluchter Kerl. Alter, ich bin verblutet. What the fuck? Und weh, gut, gut. Und selbst, ja, ja. Ich shoppe a Bison. Mir hängen gewohne. Oh fuck, die Zone kommt! Come on, boy. Warum hast du freiwillig so eine Waffe? Da ist einer, ja. Und noch einer. Die Themen doch! Die Zoller! Da oben, da oben, auf den Berg. Wir laufen einfach beide gleichzeitig in die Zone rein. Gucken, was die sagen. Pump, pumpi. Hast du eine pumpi? Ja, pumpuletta. Pumpuletta! Und hier haben wir unsere pumpuletta. Hintenrum schon etwas stark benutzt war jetzt einfach mal. Aber es läuft. Hinein ins Weekendfeeling. Mh, lass dich mal gehen. Schalt einfach ab. Genieß den verschissenen Geschmack. Oh! Oh! Boilig! Du alter Kaul! Boilig! Boilig! Boilig!